Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Eingelegt und Nachgeholt. Ich bin der Thiago, das ist Ahead in Time, ein, ich glaube sogar Indie-Plattformer oder Jump'n'Run oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich bin sehr, sehr neugierig, wie das Spiel wird, weil es soll ein sehr klassisches 3D-Jump'n'Run sein, so im Stile von, weiß ich nicht, den guten alten Mario-Teilen oder auch manchen Rare-Geschichten, Banjo-Kazooie oder sowas. Und ja, ich habe es bislang noch nie gespielt tatsächlich. Es ist ja für andere Plattformen schon etwas länger erhält, ich glaube hauptsächlich den PC. Und der Garo im Forum hat ja auch sehr, sehr fleißig von dem Spiel geschwärmt. Und ja, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich glaube, das wird eine coole Sache. Das Einzige, was ich noch anmerken müsste, es gibt noch einen DLC, der, glaube ich, zeitgleich zum Release erscheint. A Seal in irgendwas. Okay. Blablabla. Verlassen. Genau, Seal the Deal. Und der war aber leider zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht verfügbar. Ich lösche das mal eben, ich habe es vorhin schon einmal... Wow. Das war dramatisch. Ich habe es tatsächlich nur vorhin einmal kurz angeklickt und dann festgestellt, dass mein Mikrofon versehentlich gemutet war, deswegen habe ich so ungefähr gar nichts gesehen. Ich bin ziemlich genau bis hierhin gekommen. Aber offensichtlich hat es gereicht, um einen Spielstand anzulegen. Ähm. Mal gucken, was so jetzt auf uns zukommt. Ich war ein bisschen überrascht, dass tatsächlich die Größe des Downloads sehr heftig war. Also es ist irgendwie ein 16 Gigabyte Spiel oder so. Ich hatte locker mit 10 Gigabyte weniger gerechnet. Aber gut. Wow. 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 Hat Kitts Raumsch... Ah, er heißt sogar Hat Kitt. Oder sie wahrscheinlich, ne? Oh, hoppala, hoppala. Oh, ich kann schlagen. Ich habe einen Double Jump. Was ist das hier? Nichts erstmal. Okay, ich kann nach oben gucken, wie es scheint. Ich kann irgendwas anvisieren. Oh, was das ist, weiß ich noch nicht. Kamera. Oh, und ich kann hechten. Okay. Ist klar. Okay. Schauen wir uns mal um. Okay. Ich lasse noch genug Platz für Leichen. Alles klar. Okay. Und jetzt? Okay. Passiert wohl nichts weiter. Ich vermisse die ganze Zeit noch irgendwie so ein... Gibt es keinen Knopf zum Rennen oder sowas? Irgendwas, was mich so ein bisschen sprinten lässt? Sehr cool. Irgendwas? Wie war das hier? Irgendwas visiere ich da doch mal... Hm. Wahrscheinlich draußen. Okay. Ah, okay. Okay. Was bist du? Oh, ein Staubsauger wahrscheinlich. Oh, ich glaube, sie hat sich wehgetan. Also okay, ich merke schon, es hat relativ viel Liebe fürs Detail. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, hallo. Oh! Na, klasse. Das ist wahrscheinlich gar nicht gut. Okay. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal, dass es sehr putzig gemacht ist. Schön mit Augenzwinkern. Okay. Ist hier was? Ist da was? Wahrscheinlich nicht. Warum hat sie einen Schnauzer? Ich weiß, was macht sie einen Schnauzer? Ich weiß, was ist hier auch immer noch da wo ist. Er hat mir beingestellt, der Sack! Muss ich sie irgendwie schnappen, oder muss ich ihr nur hinterher? Oh, okay. Oh. Hey, du! Da unten! Wir sollten uns Kinder zusammenhängen, nicht unterhalten uns. Ich meine, Mafia kann wirklich gefährlich sein. Oh! By the way! Hast du nichts mit dem Schrauben? Nein! Hey! Tell you what! Come up here! And I- Huh. Könnte ich damit was machen? Huh. Wear me, Rebel Squad! hey i think one of your junk pieces fell and smashed right into the market's fountain messed it up real good when going over there just avoid making eye contact with the mafia and you'll be fine see ya Das ist schön, dass du die Sache damit geklärt hast. Down with the Mafia! Also die Mario-Vibes sind schon sehr auffällig in dem Spiel. Aber mal schauen. Also ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, weil es technisch irgendwie auch nicht so richtig schön sauber läuft. Ich hatte vorhin ein paar Mal den Eindruck, dass so ein paar Mal die Frames runtergefallen sind. Und es wirkt auf mich auch ein bisschen pixelig, ehrlich gesagt. Aber mal schauen. Man merkt auf jeden Fall, dass es sehr liebevoll gemacht ist. Wo ist denn jetzt die Haupthalle? Ah, okay. Okay. Zeitstücke gerettet. Akt 3, dann gehen wir erst hier hin. Ja, und die Ladezeiten sind natürlich schon lang, ne? Darf ich den Schirm jetzt eigentlich behalten, wo ich gerade sehe, dass sie den immer noch in der Hand hält? Okay. Äh, okay. Ach, kann sie? Okay, sie läuft noch ein Stück. Kann ich hier doch bestimmt auch drüber laufen, oder? Okay. Oh nein, falscher Knopf. Okay, das ist doof gelaufen. Yikes. 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 Hey. Was ist ein Penner? Aha. Ihr steht auf einem Riesenhaufen TNT. Seid ihr euch sicher, dass das eine gute Idee ist? Oh. Das ist so schwer für Mafia. Mafia nicht sicher, was zu tun. Boss, was tun wir mit Eyewitness? Teach her lesson, boys! Oh, my hand! No child will be in the way of danger! Kann ich irgendwie ihn anvisieren lassen? Ich glaube nicht, ne? Okay. Think not about avoiding barrels! Let's go, little punk! Stand still! See if girl can handle this barrel! Oh, so lang ist alles entspannt, ne? This lead nowhere! Mafia need to take care of this mafia style! Prepare to kill what mafia do to old ladies! Fris Schier, Mafia! Aua! PAM Numero 2 Do you have a name? No? You sure? That's cool. You're a less talk, more fighting kind of girl, I take it. That thing you grab there. Are you collecting them? They've been raining from the sky ever since you arrived. I've seen the goons bring them to their headquarters way up there. We should go up there and get your junk. It'd be fun. I'll take any opportunity that involves messing up the mafia. You with me, buddy? Friends! Ah, sehr gut. Also auch wenn es mich gameplay-wise noch nicht 100% überzeugt, weil es sich so ein bisschen rough noch anfühlt, gefällt mir das super, super, super gut, wie liebevoll das Spiel gemacht ist. Also allein schon die Tatsache, dass ich jetzt schon so ein paar Lacher hatte, spricht für mich schon sehr für das Spiel. Was ist der Plan? All assaults need a good plan, or it'll be a flop. First, we strangle them, choke them and watch them beg for mercy. That'll show them. No, wait. Strangling is too kind. We smash them together into mush and put their remains in a jar. Also, we sell the jar for pocket money. That'll be the ultimate salt in the wound. But first we have to make it through their mafia HQ. Once we find Andy thrown the mafia boss, the rest will follow. Then our machine jar party will be no. We've got to get you geared up. Your hat is basic and we don't do basic in this GAN. Yarn can be found around Mafia Town and used to stitch new hats if you're crafty. I've collected one for you. Okay. Sieht bereit zum Sprinten aus. Sehr gut. You need more yarn for some hats than others. I guess being creative isn't free. So keep an eye out for Yarn. Now you're a killing machine. Let's go get them. Äh. Okay. What is this here actually? I think it works in one direction. Can I do it somehow? No. Okay. Steht es nicht so ganz, aber ist okay. Hui, das ist okay. Area undocked. Achso, ich brauche diese komischen Teile dafür. Interessant. Äh. Okay. Bin ich mal sehr gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Okay. 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 Ja, die Ladezeiten sind halt echt ein bisschen nervig. Bäh. Little girl, see thing over there? Mafia wanted to understand again. But Mafia, no time to search for entrust. This is Mafia need to stare. Kriegt man die nicht kaputt? Okay. Jetzt wüsste ich aber schon gerne, wie ich da hinkomme. Ist das wieder ein Stuhl? Okay. Konnte ich nicht irgendwie... Ging nicht irgendwie so eine Stamm-Attacke? So nicht. Das ist mal dieser... Was ist das? Nö. Da kann ich da... Nicht so viel tun. Auch hier nicht. Oder muss ich einfach aus größerer Höhe da drauf? Nö. Ein bisschen nervig. Hatte ich nicht vorhin schon irgendwie mal so eine Stamm-Attacke? Na gut, okay. Da müssen wir hin. Boing. Autsch. Äh... Aha. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder sauber. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Oh nein. Na gut. Ja gut. Na gut. Da ist doch eine... Ja, ich wollte schon sagen. Da ist doch auch wieder was drin, oder nicht? Da muss es doch einen Weg geben. Ja, einfach so. Aber irgendwie nicht. Okay. Wer kennt sie nicht? Maviar nur all along. Maviar ist wie in den Weg. Ah! Okay, ich muss die Folge nicht verstehen. Ah! Oh no! Ah, okay. Schlitter ich wahrscheinlich, weil ich so voller Matsch bin. Oh nein! Okay. Das war's für heute. Alles klar Ah, sehr schönes Spiel Hat viele, viele Vibes von Weiß ich nicht Dieser PS1-Zeit Irgendwie klingelt da so ein bisschen Spyro im Hinterkopf Und so ein bisschen Ja, weiß ich nicht Crash Bandicoot vielleicht weniger Aber so die Zeit einfach Wirkt einfach wie so ein schönes Spiel So Mario 64, Spyro Vielleicht auch so was wie Jack and Dexter Also einfach so diese Art Spiel, diese Art Ära Die irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist Ist schon echt toll gemacht Okay Okay Ja gut Der Hut ist klar Ah, okay Ich verstehe Diese ZL-Moves Werden also von den Hüten bestimmt Damit bestrafst du böses Essen Wie kann das Essen Ist auch Wagen Einfach kalt zu werden Aber warte Kann ich den Kühlschrank Ja, ich wollte gerade sagen Die gute Kinderstube Verlangt, dass ich den Kühlschrank Auch wieder schließe So Nieder mit den Mafias Der Himmel scheint zu schwitzen Weil es regnet, oder was? Mafiosi, oh Mafiosi Warum bist du nur Mafiosi? Und zwar Go away! Get these brooks off my- Ja? Tag? Was ist jetzt? Geht's jetzt? Achso, ah, ich verstehe. Go away, please! Ach komm, so weit waren wir doch vorhin schon. Ist das dein Ernst? Okay. Okay. Oh wow, sie werden aggro hier. Okay. Das steht draußen immer noch. Ja, bin ich überrascht. Hm. Okay, das ist ein gut geimer. Ach, scheiße. Immer dasselbe. Oh. Ich glaub, da hab ich keine Chance, wa? Aha. Will ich wissen, was dahinter passiert? Schon eigentlich, ne? Kann ich mit der Kamera dahinter glitschen oder so? Nee. Hm. Ah. War der vorhin schon da? Hat aber offensichtlich auch nicht viel zu sagen. Mafia? Also Mafia. Haha. Haha. Hi there, young one. I am from a far away land. I've seen every corner of the earth. And now I sell tiny pieces of my desert. And now I sell tiny pieces of my desert. Okay. You may call me the badge seller. For I sell and trade badges. I can provide you with strong abilities and upgrades to your hat. If you have money, of course. Sehr seltsames Ding. Äh. Erlaub dir einen weiteren Anstecker auszuziode mit Gegenständern nicht heran. Schütz dich vor großen Stürzen. Wenn du ihn wirst, dann kommst du ja! Ich kann... Weil du ist was wäre. Und den nehmen wir auch mal. Dann nehmen wir den auch mal. Du kannst ihn nicht mehr sehen. Ich kann das zu tun. Aber warum? Die, die läst geringen. Equipment... Okay, das kann ich noch nicht. Ah, okay. Was hat er so zu sagen? Das ist schon ulkig, ne? Man will ja auch regelrecht schauen, was es hier noch überall gibt, weil es ja auch permanent irgendwelche Sachen gibt. Es ist ein Terrible at cooking, aber fair enough. Cookie und Cadiz, ich vorbereite das eigentliche Essen hier. Und ich bin wirklich sicher, dass jemand sterben würde, wenn sie nicht. Ah, ha. Ah. 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 Ah, Moment. Ah, damit hechten kann ich nicht. Einen Schlüssel. Das wäre ziemlich stumpf, wenn ich damit hier reinklären würde. Ich habe einen Schlüssel, lass mich durch. Ah, okay. Ah, ich war im Spiel schon ein bisschen voraus. Ah, okay. 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 Lasst mich durch, ich bin ein kleines Mädchen mit Schirr. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ein kurzer geht um den der Aufst falsch! vasér hjertestzus. Na, wie viele Phasen kommen denn noch? Uiuiui What the fuck? Ok Ok Und hier, aua. Ach, guck, äh. Ah, okay. Ach, nein. Ach, Dreck. Ah! Jetzt reicht's aber auch. Ah, okay. Oh! 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 Ih! Maafia! Von! Oh! It can be! Skadoosh! Oh yeah! What? NOOOOO! Huh? Well... Did um... Did you know about this? This is crazy! Do you even realize what could be done with these? We can make it so that you never got punched in the face by the Mafia that one time! We could beat up the Mafia, travel back in time, and then beam up again! No! Wait! We can make it so that the Mafia never arrived on the island! Wait! 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 Even better! We could be crime-fighting time-travelling! Wait! What? This doesn't make any sense! You have all this power, and you're not gonna use it to fight evil! If you're not gonna use them to fight evil, I'm not gonna let this island remain as Mafia Town! I'll collect all the time pieces for myself! Okay... No! Enemies! Ah ja... Ich glaube, das ist jetzt so langsam wahrscheinlich ein ganz guter Punkt, um Schluss zu machen. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich das Spiel nicht vielleicht auch ganz durchspiele. Also aufnehmend durchspiele, natürlich. Ich schaue nochmal fix, was es hier gibt. Okay. Kampf der Vögel. Wäre jetzt natürlich noch interessant zu wissen, ob es in dieser Mafia-Stadt nicht trotzdem noch ein paar Sachen gäbe. Ah! Es gibt tatsächlich... Ui, es hinkt sich noch eine ganze Menge. Okay. Okay. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe Bock drauf, das Spiel weiter aufzunehmen, glaube ich. Scheint mir ein schöner Titel dafür zu sein. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Head in Time. Tschüss! Tschüss! 吧! Tschüss! 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 Tschüss!